Hallo zusammen, mein Name ist Cedric Schöpfer, ich komme auf der Tafels und meine Hauptsportart ist Säckle. Ich bin im BigFriends Team, weil sie kompetente Wartungen haben und weil sie junge Athleten fördern und bei dem Team eine gute Störung ist. Meine grössten Folgebesitzer sind zwei Siege am Freemoral Cup und der dritte Rang bei der Junior-Kategorie am Motorlauf. Meine Ziele für die Saison 2015 sind, dass wir weiter verbessern und dass ich mich auch schon bei den Elite ein bisschen etablieren und mein Motto tut, bei jedem Rennen vollgas zu gehen.